Innoverde sorgt dafür, dass Früchte, Gemüse und Kartoffeln von tausend Landwirtschaftsbetrieben täglich frisch in den gewünschten Mengen und Qualitäten in die Schweizer Haushalte gelangt. Mit rund 450 Mitarbeitenden an 14 Standorten schweizweit sorgen wir mit modernsten Infrastrukturen und Technologien für höchste Effizienz in unseren Prozessen. Hier am Standort Betterkin, Fresh & Cool konzentrieren wir uns dank modernsten Roboteranlagen, neu auch unseren Karottenroboter, auf die Produktegruppen Kartoffeln, Karotten und Zwiebeln. Im Rahmen eines Masterplans haben wir die vergangenen Jahre an mehreren Standorten unsere Kartoffelpacklinien mit Robotern automatisiert. Bisher wurden die Karotten manuell unter enormer körperlicher Belastung der Mitarbeitenden abgepackt. Nun haben wir einen vollautomatisierten Prozess, in dem wir abfüllen, abhacken und palettisieren können. Aufgrund unserer positiven Erfahrungen mit FANUC in den vergangenen Projekten, der sehr guten Serviceleistung und der engen Zusammenarbeit mit WIN Automation haben wir uns für diese Lösung entschieden. Wir sind eine KMU mit zwölf Mitanbeitenden. Wir sind spezialisiert auf Industrieautomation und Sondermaschinenbau für die verschiedensten Industriezweige im In- und Ausland. Die Herausforderung war, dass Karotten immense Grössenunterschiede haben. Die Karotten werden maschinell in Beutel mit bis zu 12 kg verpackt, mit einer geeichten Waage gewogen und anschliessend in ein Gebinde abgelegt. Der erste Roboter holt ein gefaltetes Gebinde und richtet dieses auf. Der zweite beläht es mit einem Karottenbeutel und der dritte palettiert. Der mechanische Schutzzaum kann den Roboter bei voller Geschwindigkeit nicht aufhalten. Der virtuelle Schutzzaum DCS löst dieses Problem elegant und verhindert Kollisionen im Handbetrieg. Durch die Automatisierung wurde die Effizienz gesteigert, die körperliche Belastung reduziert, das Handling schonend wird, der Verpackungsprozess vereinheitlicht, das Öffnen der Verpackung vereinfacht und neu können die Karotten im Detailhandel plastikfrei angeboten werden. Wir haben uns 2019 für FANUC entschieden, aufgrund des weltweit grössten Roboterportfolios, der zahlreichen Lernvertretungen und dem hervorragenden Ruf. Mit dem Kundenservice sind wir sehr zufrieden und technische Unterstützung wird uns unkompliziert geboten. Stand heute haben wir bei unseren Kunden 69 Roboter im Einsatz.